Ho ho ho, fröhlichen zweiten Advent. Ich stand leider etwas zu nah am Herd gestern Abend. Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem weiteren Video. Heute ist der zweite Advent. Heute ist Sonntag? Komm nicht, ja heute ist Sonntag. Ich hab schon gar kein Zeitgefühl mehr. Und das heißt, erstmal machen wir zwei Kerzen an. Und dann... Dann werden wir uns mal dem Kalender widmen. Heute ist es mal ein bisschen später, aber heute ist auch Sonntag. Da kann man ausnahmsweise mal ein bisschen mehr Zeit sich lassen. Oh Gott. Vielleicht hätte ich mal ein bisschen besser aufrücken. Na gut, nee, das ist mein Herd. Mein Tee ist heute frei. So, dann wollen wir mal sehen. Heute ist dran die Nummer 8, oder? Junge. Ich hab gar kein Zeitgefühl mehr. Schichtarbeit ist wirklich furchtbar. Gut, okay. Dort ist die Nummer 8. Juhu. Dann wollen wir doch mal sehen. Flaschen weg, um kurz, dass wir nichts umreißen. Nummer 8. Ja, Freunde. Es ist wieder mal soweit. Die Nummer 8, ihr seht's. Die ist natürlich prall gefüllt mit Luft. Schön. Zum Sonntag, zum zweiten Advent gibt es Luft. Es ist wirklich... Was ist das für ein Mill? Hier. Luft. Die Grabkammer ist geöffnet. Schön, schön, schön. Na gut. Immerhin hab ich... Ach. Immerhin hab ich den hier noch bekommen. Der guckt genauso, wie ich mich grad fühle. Na dann, schönen zweiten Advent, Freunde. Tschüss.